Tja Aber die haben ganz obskure Nummernschilder, die Polizeiautos, ne? Also ich hab in Deutschland noch nie so komische Nummernschilder gesehen Die haben zwar jetzt mittlerweile die Telefonnummer gefixt, aber... Oh, Level 11 Ah, FBI ist direkt weg Äh, was war das andere? Alibi oder Dingsbums, ne? Keiner Bayernmeister, ja Gute Sauverteidiger, kann ich auch nicht Ah, verdammt Hol dir halt nen Rekrut, hör mal Scheiß mir gar nicht erst an Hab noch 3 Gehirnzellen übrig, ich mach sowas nicht Ja, spielst du gleich für den Puls und dann ist gut Nee Dann lieber Castle, ne? Nee Also Castle schon noch lieber als Puls, aber nee, trotzdem nicht 3x0 ist auch noch 0 Der Mark, direkt im Strip-Club, so kennen wir ihn Reiz hast du? Ja, echt? Ja, ja, ja Hab ich genau gesehen Matratzenraum auch nicht Geldraum auch nicht, so wie ich das direkt in der Keller sein Oder Garage Guck mal im Keller Ne, wir haben Bombe, die können nicht in der Garage sein Ja, unten im Keller Ja, das ist Keller Downstairs Smoke hat nicht geschossen Ich auch, der Strolch Der Strolch Wollte ich grad nen Spawnpunkt einstellen und hab dann überlegt, welchen ich nehmen soll Und wusste gar nicht, was hier der Beste wäre Deswegen War mir dann auch egal, dass die Zeit schon rum war Oh, hier war schon mal jemand da Hier vorne ist offen Hm, ok Ok Reloading, cover me Oh, es sind sogar zwei hier Na, da war Petscher auch so Hast du aufgeregt, ist er da? Ja, ja Ja, ja Reload Breach charge ist aktiv Bomb has been located Die Luke in der Bar ist auch nicht verstärkt, was denn hier los? Scheiße Der Pisser, ey Oh, wir fliegen hier rum Fetscher, Doc Smoke Nein, nicht Thatcher, sondern Smoke Smoke Gut Also, zwei sind oben noch umgekündelt Ich glaub, dir geht's zu gut Ihr denn, ey Zwei waren hier, sagst du? Einen hab ich weggeholt Aber eben war hier noch Smoke oder sowas Oder Nudes Ich glaub, es war Smoke Der war eben hinten beim Der war eben hinten beim Entschärfer, ob der jetzt immer noch ist Ich wage es zu bezweifeln Ja, nicht ganz blöd ist, sollte er das eigentlich? Oh, da auf Treppe, Treppe, Treppe Oder? Darf der eine? Ne, ne, hinten, hinten, Treppe hoch zum Geld 80. Was ist das denn? Und verguckt Ah, so unten kann nur einer sein, Mark Smoke ist oben Ja, da unten ist auch fast kaputt, aber Na, da unten ist auch fast kaputt, aber Na, da unten ist auch fast kaputt, aber Mach mal, das Stahldrad kaputt Oh ja Wir müssen drei Sekunden nur noch, er müsste jetzt eh Ich weiß nicht, wo der hin ist Ich weiß nicht, wo der hin ist Ich weiß nicht, wo der hin ist Ist auf dem Gang Ist auf dem Gang Wird sich Jawoll, sauber Oh my goodness, oh Der sich gerade eben irgendwie Stachelige Keule in den dann geschoben, oder Was war das denn Geräusch? Ich weiß nicht, das gucken wir an, ey 06, eliminieren, tobenentragen 08 Erstmal melden Oh, der Vollwartman ist versaut Der Strolch Tut mir leid, tut mir leid Tut mir leid Du hast mir auch ein Eis versaut Das war in der Konsolatunde Ja Ja, hab ich heute auch gesehen Das wird langsam zum Muster Ich hab innerlich gelacht Das hat mal so super funktioniert Da kommt einer nach dem anderen Mit seinem komischen Kopf da oben Weiß ich auch nicht, das war ein Geschenk War so easy Das ist mal immer so einfach Aber ist echt auch ein guter Spot Muss man sich auch mal ein bisschen merken, ne Weil die greifen gerne über die Luke an Und der Winkel ist echt super da Secure the bombs Secure the bombs One stand Off board located a bomb Ihhh 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 Mein Ding ist zu lang, es passt hier nicht hin Ihhh 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 Ja, so geht's Kommt auf die Technik an Ja, so ist es Nicht die Größe entscheiden Technik Ich muss die jetzt mal hier so hinstellen Dass die Überraschend auftauchen Wenn sie in die Ecke kommen Ich glaub so Im direkten Blickfeld ist gar nicht so gut Besser ist wenn man Irgendwie um eine Ecke in den Raum kommt Und dann plötzlich links von sich das Hologramm sieht Oder so Dann feuert man eher drauf Ich mach die immer direkt hinter ein Fenster Weil das kriegen sie nicht kaputt Wenn sie rein wollen Müssen sie durchspringen Dann werden sie markiert Dann sind hier im Keller Die Fenster nur in einer begrenzten Anzahl verfügbar Ja echt Ja cool Stell dir das Fenster Wo geht denn hier ey Noch mal verfolgt Zugangssperre Garage Wahrscheinlich Ja ja Hier ist eine Operation Ja da ist Monty Ich hab Ash Och Monty Äh Oh fuck 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 In der Holz Sandgang Tunnel Ja Runa Jetzt bin ich gearscht Ich hab die Decke Ich hab nichts Ich hab nichts Ja Jawoll Das war Blitz Aber im Sandgang Tunnel ist nur einer Genau Ist der noch im Tunnel drin? Ja Einer ist schon im Raum hinterm Regal Ja Da war einer Ist da noch einer Ich hab keinen gesehen jetzt verdammt Shit 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 Da kamen vorhin auf jeden Fall die Schüsseite raus Ja Ach du bist hier auch Ne hier ist ja noch alles zu fuck Fuck Keine Ahnung Ja Im Gang von der Ach ne Äh in den Regalen hinten links irgendwo Im Raum Shit Genau da bin ich hingezielt Werder mal zwei Sekunden Äh Millisekunden Früher mit seinem Kopf hochgekommen Ich weiß noch nicht warum die dämliche Cavera Dieses scheiß Loch da an die Wand gemacht hat Das ist genau dieses Drecksloch Hat mich jetzt das Leben gekostet Gegenüber von der Tür Weißt Die sind ja direkt Die zwei gestorben Unsere anderen tollen Mates da Ja das wär halt so schlimm aber Dieses scheiß Loch da Das ist genau der Winkel Wenn sie durch den Sandtunnel kommen Können sie genau Weißt Ich war da total festgenagelt Sobald ich rausgehe Was ich dann musste nach dem Planen und so Werde ich durch dieses scheiß Loch erschossen ey Voll Idioten Direkt neben der Tür ein Loch in die Wand machen Auf der anderen Seite Oh ja ein Blickwinkel hat Alter wie dämlich kann man sein Das ist schon wieder auf Ganz ruhig Ganz ruhig Ganz ruhig Ist ja nichts verloren So gut sind die Gegner nicht Problem sind nur unsere Mates Das hätten wir jetzt eben gerade locker gewonnen ey Oh ja Was ist das Need to use your drone to locate a bomb Need to use your drone to locate a bomb Need to use your drone to locate a bomb Geltraum Ich glaube sie ist in dieser Keller Mega Geltraum Wie ist die Wand am Vordach da auf Fetchern Anfetchern Freifet Fetchern Oh ne der Jason Oh Nicht nur dass es der Jason Thermite ist Der hat auch noch einen Entschärfer Und das war der der vorhin Cavera war glaube ich Oh Gott Das heißt Wir sind total gearscht Alter Jetzt sind wir alles richtig gefickt Weil jetzt kriegen wir nämlich Zum einen den Diffusor nicht wieder Und zum anderen Der hat dem nicht gespaßt ey Was rennt der auch dahin Und zum anderen kriegen wir jetzt aber auch die Wand nicht auf Und ich hab nur noch 22 HP Ich werd hier nicht mehr viel bringen Der ist einfach was Aufgegangen Schau hier unten in die Tür oder so Ja Ich lebe den Diffusor mal hier hin Kann einer von euch mal nehmen Weil ich hab nur noch 22 HP Ich bin wahrscheinlich gleich tot Ja schon Hier ist alles verstromt aber gut Ohne Dings wird das nicht nix Den Strom krieg ich weg aber das Ja bringt uns ja nix Das ist eben Das ist das Punkte Ich wollte ihn nur an die Wand werfen Dass er da abprallt Ich weiß auch nicht wieso du fünf schaden hast Wenn ich dir so ein Granütchen da Heißt so ein 600 Gramm Ding da irgendwie am Bauch werfen Oder keine Ahnung Aber aus dem 14 Stock weg In der Bank springen ist völlig in Ordnung Wieso Das ist okay Ich hab heute mal in der Firma gestanden Aus dem zweiten Stock nach unten geguckt Und hab mir so gedacht Das ist so die Höhe wo man aus der Bank rausspringt Da hätte ich so gar keinen Bock drauf Versteh ich gar nicht Hast du Breaches oder eine oder so? Ja ich Ich ja Weil die Holzwand könnte man vielleicht hier aufmachen Ja ich kann es versuchen Vorsicht das ist ein Loch aber in der Wand Ja ja ich weiß Ready und auf Du doofe Kamera Oh Gott Blackbeard ist mit mir im Zimmer Ich hab Angst Wohn mal rein Mark Ja die Kamera ist hier Der ist ausgerannt Sau Ich komm mal von der anderen Seite Blackbeard rannt schon vor Oh Gott Haha Kamera Wo kam der raus? Aus dem Loch? Oder unten? Bunden 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 für eine ladung mehr schießt drauf fach das loch da nicht gesehen und noch 22 ap ich kann nicht drüber springen das schaffst du nicht was auch wenn ich nicht wegen dem dummen affen am anfang schaden genommen hätte mit 100 ap ich da einfach locker drüber springen können ich kann sich schaden und wird wie war das mit nicht aufregen tief durchatmen eine innere mitte finden ganz ruhig das ist großartig wenn man ihn nicht spielt jetzt kommt doch keiner mehr nach weil ich schon mit ball haben schön gefunden wenn unsere leute liefen ich glaube ich besser für uns das stimmt so schön wir haben wie im showdown modus der zweite besser die affen dabei hatten so sieht es aus und die ganze länder sind zu dann spreche ich dich meine ich aus sein keine ahnung wo unsere maids überhaupt können silber 3 die wand so ein vordergrund glaube ich ja nur gott das auch Wird ihr mich denn gesehen? Ja. Ja, der schießt wieder so blind mit der Pistole. Weißt du, könnte ich kotzen. Ich treffe da nie was. Der schießt mit dem ersten Schuss, liege ich. Das ist so lächerlich. Dieses auf der Hüfte schießen mit der Pistole hinterm Schild. Ein Schuss, ich habe gelegen. Für mich geht das nie. Geschichten drüber, einfach kaputt, alles, aber treffen tue ich den nicht. Ja. Ich kann auch nicht sagen, dass ich damit groß treffen würde. Ja, gut, zu dritt. Weil wir haben im Grunde zu dritt gespielt. Das kannst du nicht mal. Nicht mal, die waren uns still und sogar noch aufgedrückt. Weg. Ja, vor allem Caveira. Dieses Caveira pimmelt hier oben am Bombenspot rum, ne? Der holische Caveira. Genau wie die Idioten, die mit Nox sprinten, die ganze Zeit, ey. So getarnt, ey. Okay. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020